Willkommen zurück bei Thrillville. So, wir gehen hier zur Wartung hin, zu den letzten Lichtsäulen. Dein Personal hält den Laden am Laufen, während du dich anderen Projekten widmest. Deine Leute halten Thrillville in Form. Mechaniker reparieren und warten Fahrgeschäfte. Platzwarte halten den Müll unter Kontrolle und Entertainer heitern die Massen auf. Angestellte nehmen die Arbeit auf, sobald du sie einstellst. Mit einer Ausbildung werden sie jedoch noch viel besser. Was ist das für einer? Ach, du Scheiße. Um Leute in Thrillville auszubilden, musst du selbst Hand anlegen. Du hilfst deinem Personal effizienter zu werden, indem du selbst mitmachst und zeigst, wie es gemacht wird. Um Personal anzustellen, auszubilden und zu entlassen, gehe zu deinem Parkmenü und wähle Personal. Lass uns die erste Wartungsmission starten. Okay, Tipps. Um eine perfekte Punktzahl abzuräumen, musst du die richtige Aktion wählen. Was? E, A, S, D, links, rechts, oben. Was, was, was? Was, was? Was? Was findest du? Ach, S. Quatsch. Okay. Wie geht'n das? Ach, du Scheiße. Das ist jetzt einfach sehr wie Dings. Wie Karaoke hier. Du Scheiße. Du musst alles drücken hier, bevor es da drinnen reinkommt. Genau am Rand muss es hinkommen. Ne. Scheiße. Jetzt muss ich ja noch Chirita spielen. Huch. Also, an das kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Krass. 25.000 Punkte. Ja, ich muss erst mal chatten, was die meinen. Bläh, 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 bläh. Pff, hast du gesagt... Aber lustig. Wie ich gesagt habe, dass das Spiel so lustig ist. Einzelspieler, Rhythmus. 49 von 100, Haltung, 19 von 100, Maxi-Kombo, 10. Okay. So langsam hast du's. In Thrillville ist selbst Arbeit ein Spiel. Und jetzt kannst du auch sehen, wie wichtig es ist, direkt am Betrieb deines Parks beteiligt zu sein. Ah ja. Herzlichen Glückwunsch. Du hast die ersten Schritte unternommen, ein fantastischer Freizeitparkmanager zu werden. Denk nur dran, dass alles im Park untereinander in Zusammenhang steht. Die Besucher helfen dir bei der Entscheidung, die richtigen Fahrgeschäfte zu eröffnen. Die Fahrgeschäfte bringen Geld ein und das Geld hilft dir, die Besucher bei Laune zu halten. Kapiert? Dann lass deiner Kreativität jetzt mal freien Lauf. Du hast Spiele zu spielen, Leute zu treffen und einen Freizeitpark zu bauen. Hab viel verrückten Spaß. Neue Motion. Du hast eine neue Mission. Ne. Will ich nicht. Coaster. Jetzt fahren wir mal mit, oder? Oh Gott. Oh Gott. Ach, jetzt kann man die Farbe anpassen, oder was? Ne, ich will fahren. Ja. Oh Gott. Ach so. Muss ich das jetzt steuern? Levelausstieg. Okay. Ach du Scheiße. Ach das haben wir schon gehabt, ne? Genau. Dann gehen wir mal da hin. Was ist da oben? Da ist auch irgendwas. Coaster. Missionsbelohnung. Oh du Fröhliche. Was? Was ist denn das da? Was ist denn das? Geld oder was? Gesammelt. Anti-Werbung. Was? Was geht hier ab? Warte mal. Ähm. Wie kann ich hier nochmal? Wie kommt man in dieses Menü rein? Neue Mission. Manipulation. Äh. Wo sehe ich das alles? Ne. Okay, was ist hier? Was ist da noch was? Sammlerstücke finden. Mit erfrischenden Limonaden geht's dir gut. Limonadenstand spielen? Nein. Richtig. Ähm. Anpassen. Was kann man denn da anpassen? Stilthema. Wester niedrig. Ne. Ich will ein Schluck von meiner Limo. Managen. Oh Gott. Ne. Zurück. Zurück. Hier gehen wir woanders hin. Was? Was ist das da? Ah ja stimmt, man kann hier auch durch Tunnels laufen, ne? Stimmt. Ganz vergessen. Achso, so kann man rennen. Ah, ok. Wo sind wir jetzt? Was geht da ab? Ist das eine Bahn oder ist das eine Deko? Oh, da war was. Halt, stopp. Hier. Anti-Wärmung. Genau, zwei von sechs. Macht doch Spaß das Spiel. Bisschen was anderes. So, was haben wir hier? Coaster. Hm, da. Geh ich wieder vom Spiel raus. Welche Baumethode möchtest du verwenden? Ja, gar keinen. Achso, kann man hier bauen. Achso. Hallo. Jetzt. Da liegt was. Ne. Ich glaube, das ist nur Müll. Ich glaube, hier kann man gar nicht. Aber da vorne ist wieder was. Aber es ist cool, dass man so rumlaufen kann. Das finde ich cool. Oh, was ist das da? Ist das Minigolf? Ja, das spüren wir mal, oder? Komm. Spüren wir mal. Sei vorsichtig beim Einstellen der Schlagkraft. Oft ist ein sanfter Schlag besser als ein harter. Okay. Schießen ist links. Flug. Zippelin. Was ist Zippelin? Ach du Scheiße. Ah, das ist ja lustig. Scheiße. Wie der läuft. Jawoll. Das macht Spaß. Das spielt übrigens im, im, äh, na? Im Angebot, äh, für, 6 Euro gekostet. Oh, es war nicht schlecht. Jawoll. Sehr gut. Können wir ein bisschen stärker machen. Das hat man sogar mit einem Schlagpunkt gekriegt. Oh, ho, ho. Jawoll. Ein Birdie. Birdie-Fuchs. Jawoll. Oh, der nur ein. Hör. Ach, da ist das Loch. Okay. Wollen wir mal zu steigen, wie es geht. Okay, das war nichts. Okay. Ah. Ah. Pass. Der läuft noch. Sehr gut. Ich glaube in dem zweiten Schlag könnte es besser gehen. Nee, das wird nix. Ich muss das so machen. Und dann noch einmal. Scheiße, das war zu stark. Jawoll. So, wo ist da das Loch? Da hinten, okay. Dann machen wir das so stark wie es geht. Hätte man vielleicht auch beim ersten Mal machen können. Ich bin ernst. Scheiße. Ich hätte ein bisschen mehr machen müssen. Okay, wieder da hinten. Zack. Nein. Der war reingegangen. Okay, nicht so stark. Oh, ne. Oh, der wär rein. Der wär rein. Ja, das war dumm. Loch neun. Wo ist das Loch? Ich seh keins. Bestimmt dahinter. Gehen wir mal hier rum. Achso, dahinten. Okay. Gehst du jetzt auf? Nicht der Ernst. Jetzt geh doch rein! Kann das nicht so. So, Punktzahl. Paar 30 minus 2. Okay. Ja. Vier Sterne. Ah, geht doch. Ja. Na dann mal Put. Was? Geld. Oh, wir haben Geldgericht. 200. Wie schlecht. Missionsbelohnung. 200. Wie schlecht. Sehr gut. Ich merke schon, wir müssen da ein paar Sachen finden und machen, damit wir hier Punkte kriegen. Neue Mission Höhenflug. Mission. Spiel und fahre. Ja, das will ich ja. Wir machen das jetzt mal. Wir machen das mal selber ein bisschen. Also, hier haben wir jetzt gemacht. Da kann man noch bauen. Das kann man ja immer noch machen. Willst du erstmal hier ein bisschen rum gucken? Was ist denn das da? Das ist ein Boxring oder was? Bandito Chinchilla. Dann spielen wir das doch mal. Oh Gott. Drücke wiederholt Angriff, um Kompost zu machen. Oh. Okay. Oh Gott. Kämpfer auswählen. Ach du Scheiße. Carlo, die Mücke Chinchilla. Ein Schlag wie ein Mugo. Ja, ich bin ein Mugo. Hier ist Bandito. Bandito. Dottiger. Oh Gott, was ist das? Guck mal, geht's los? Diese Schweine werden noch bereuen, dass sie meine Schwester geraubt haben. Was? Hallo. Mit aller Macht. Geh doch mal hin. Was zum Geier ist das? Was spiele ich hier eigentlich? Ach so. Aber die kann ich auch noch machen. Hallo. Ne, das nicht. Was ist das? Was, was tue ich hier? So was hätte ich mir bei Planet Coaster gewünscht. Dass man da an diesen, dass da auch mal so Spielbuden gibt. So wie hier jetzt. Und auch machen kann. Hallo. Kann man da reingehen? Kann man da reingehen? Ne. Mit aller Macht. Ja, meh. Mit aller Macht. Oh mein Gott. Oh Gott. Und wo geht's hin? Oder war's das schon? Lade. Es geht weiter. Oh Gott. Mit aller Macht. Hallo. Jetzt ist er sauer. Jawoll. Haben wir. Nein, haben wir nicht. Wenn er das nochmal sagt, dann haue ich den. Wieso heißt die eigentlich Elchidgröte? Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Geh ja schon. Achso, Stärke. Achso. Also ich habe noch genug Energie, oder was? Elbrie-Hund. Uh. Seitdem er mir einen reinkaut. Oh oh. Hier nimmt das. Hier nimmt das. Richtig Chaos-Lacken. Was? Wo? 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 Hier. Oh Gott. Oh Gott. Hier. Oh. Hallo. Komm schon. Hallo. Nein. Hier nimmt. Haben wir's jetzt? Nee, haben wir nicht. Kommt noch jemand. Wieso kommen ja gleich drei? Was ist das? Ich betreibe's nicht. Und das. Und das. Und das. Okay, hier sind wir fertig. Oh Gott, wer ist das denn? Hier nehmen. Wer ist denn der Ander? Achso. Achso, Vico's Bodyguard. Achso. Oh Gott. Der Scheiße. Na komm her. Der ist noch ein bisschen stärker. Der. Der muss ein bisschen mehr vermöbelt werden. Oh Gott. Umso mehr Punktzahl ich hab, umso mehr Punkte kriegen wir auch wahrscheinlich, ne? Achso, das waren da Endgegner oder was? Entscheidend. Nee. Hä? Hilfe! Hä? Achso. Weiter geht's. Ich versuche die Straßen ab, bis ich meine Schwester finde. Stopp. Bevor wir hier El Amadillo totschlagen. Oh Gott. Machen wir in der nächsten Folge weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.